ja hallo und herzlich willkommen meine liebe trader gang bei geld verdienen im internet mit trading mit binären optionen forex krypto und mehr heute ist das erste video montag am montag mit dem ich unsere strategie die wir letzte woche getestet haben und fünf gewinntage hatten mit dieser strategie möchte ich natürlich jetzt ein bisschen erhöhen mein einsatz und habe den ersten tag hier hinter mir den ersten tag wie wir sehen wir können hier gucken das sind 123456 trades davon fünf im gewinn und einer im verlust wieder und das vollautomatisch meine freunde vollautomatisch wir sehen ich habe hier 250 drin erwartet mal wir gucken uns die ganze sache mal an so ich habe es natürlich wieder aufgenommen schauen wir hier dass der erste trader out nzd wir sehen ich habe hier diesmal 250 dollar einsatz also nicht mehr zehn dollar letzte woche zum testen habe ich zehn dollar genommen und ja test letzte woche super gelaufen fünf tage getradet fünf tage gewinn was natürlich nicht jede woche sein wird also das wird nicht jede woche sein glaubt mir aber wir haben ja einen buffer von mindestens zwei tagen wo wir unseren martin gel erreichen können und die anderen drei tage wenn wir gewinnen sind wir trotzdem noch im plus habe ich euch im letzten video vorgerechnet ja hier 250 einsatz mit einem take profit am tag gesetzt denn wir können unsere mx2 auto trading software unsere take profit setzen und ich habe einsatz 250 gesetzt wie wir hier sind und den take profit auf 1000 das waren hier genau sechs trades wir sind drei enteinander gewonnen dann martin gel hier kommt jetzt martin gel gewonnen wir sind mg1 gewonnen und martin gel zwei dürfte auch gleich noch 35 sekunden das ist der letzte trade ja da mache ich jetzt mal pause und wir sehen hier 1170 also ich habe in der software mein tag profit gesetzt von 1170 bedeutet bei taus also ich habe nicht 1170 ich habe 1000 gesetzt und wir sind hier auch wir sind im real konto unterwegs und ja fünf treffer einer draußen ist würde ich mal sagen optimal optimal gelaufen wir gucken uns heute mal die einstellungen auch ein weil viele wollten meine einstellungen wissen von otc 2 pocket option dazu gehen wir mal auf das einstellungsrad mx2 schaut auf meinen kanal mal vorbei wenn ihr diese mx2 trading software sehen wollt wie die funktioniert auf meinem kanal beschrieben einfach mal durch scrollen und ja wie wie gesagt wir traden hier die strategie 24 atm otc 2 pocket option vollautomal automatisch einmal eingerichtet ratat die von alleine die ganze zeit durch also wirklich einmal einrichten und sie ist durch sechs tage in folge jetzt im plus also ist auch das wichtige einstellungen wir kommen jetzt zu den einstellungen meine freunde in general könnte hier sehen es sind otc trades darum habe ich den haken hier bei all otc dann habe ich limit von allen offenen trades auf 10 limit auf allen trades pro par 1 stop by amount also bei betrag soll er stoppen take profit 1000 hier angegeben stop loss habe ich nicht drin weil ich habe den mg5 sollte ich eigentlich stop reintun aber muss ich nur ausrechnen was mg3 bei 1000 bei 100 einsatz ist also hier sollte die auch einen stop loss mal drei also die drei martingale mit eingerechnet ja dann kommen wir unten height operations not perform das ist das eure übersicht hier klar bleibt seht mal ich habe ein 1 dann ist 5 6 dann fehlt wieder 7 8 9 dass das hier klar bleibt und die fehler trades also die ja nicht absetzen konnte nicht drin sind müsst ihr hier diesen haken setzen height operation not perform so dann reset profit counter 0 uhr dass er wieder automatisch nächsten tag wieder den take profit machen kann ja und das wäre es eigentlich gewesen die strategie selber bekommt ihr auf in unsere whatsapp trader gang gruppe in der whatsapp trader gruppe wenn ihr über uns bei whatsapp site also in der trader gang wie kommt ihr die trader gang wie könnt ihr automatisch hier traden wie kriegt ihr beistand von uns wie kriegt ihr die strategie ganz einfach unterhalb des videos in der beschreibung von mir seht ihr zwei links einmal pocket option einmal cortex für diese strategie braucht ihr pocket und dann meldet ihr euch bitte über unseren link an unterhalb des videos in der beschreibung im ersten kommentar und zahlt mindestens 500 dollar ein und wenn ihr mindestens 500 dollar eingezahlt habt dann meldet ihr euch bei mir per whatsapp und gibt mir eure trader id die findet ihr im profil von euch also wenn ihr auf eure profil bild klickt findet ihr die trader id von pocket option die sendet ihr mir per whatsapp whatsapp link unterhalb des videos in der beschreibung ersten kommentar und sagt mir hey ich habe über euren link abgeschlossen eingezahlt mindestens 500 ich möchte die geile strategie haben automatisch traden denn ich habe keinen bock manuell zu traden oder was auch er war ich mag es automatisch automatisch und automatisch ja ja das wäre es eigentlich gewesen tag 1 mit meinen richtigen betrag für den traden wie gesagt letzte woche war test fünf tage im gewinn mit 10 dollar heute war der erste tag mit richtig einsatz 250 dollar wie wir sehen und ich habe meine 1170 gemacht wenn man mal überlegt das wären wenn man nur fünf tage die woche traden 21 22 handelstage 22.000 dollar im monat automatisch hier voll automatisch aber ich lasse diese woche noch mal durchlaufen weil viele wollten es noch mal sehen in meinem angepassten betrag und deswegen lasse ich jetzt diese woche noch mal durchlaufen ist otc wie gesagt fünf gewinner einer war draußen ja und wie wir hier oben sehen es ist real ein real konto account balance immer hier ist auch hier also die gleiche wie hier und ja das wäre es eigentlich wirklich gewesen ich lasse euch noch mal durchlaufen die trades jetzt bitte gibt mir einen daumen nach oben wenn es euch gefallen hat ganz wichtig gibt mir ein kommentar also kommentare sind die währung für mich auf youtube somit könnt ihr mir das zurückzahlen mit kommentaren ähm liked kommentiert und gebt mir ein abo wenn ihr mir ein abo geben wollt drückt auf die glocke dass ihr als allererstes gleich immer eine e mail bekommt wenn ich ein neues video hochlade dann wünsche ich euch nice nice geilen start in die woche wir sehen uns heute beim live trading zusammen google meet um 18 uhr deutsche zeit happy trading meine freunde viel erfolg noch wir sehen uns um schalom Outro 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 Bis zum nächsten Mal.